Herzlich Willkommen zu... Ich war auch nicht bereit! Herzlich Willkommen zu meinem... Ey, lass mich wenigstens hingucken! Oh, du bist anstrengend! Also, wie ihr bereits im Titel gelesen habt, werden wir heute anlässlich des 3. Advents weihnachtliches Sushi kreieren. Wir haben heute bei Dezember vor... Philipp! Ich habe Adventsvideos im Oktober getreten. Aber das ist okay! Ich weiß doch! Wir haben... Sushi-Reiz. Und... Eine Rollmatze? Alter! Kannst du mal bitte aufhören, die Kontrolle meines Videos zu übernehmen? Es ist voll anstrengend! Also, ich habe Philipp nur eingeladen, weil er so gerne Sushi macht und da so motiviert ist und ich eigentlich gar kein Bock drauf habe. Nein! Ich kann Bock haben! Ganz scheiße klein zu schneiden und Reis zu kochen und so. Dann so am Ende ein schönes Ergebnis dann zu präsentieren. Denn darauf habe ich Lust... Und weil Philipp so eine Rollmatte hat und ich wollte mir keine eigene Rollmatte kaufen. Hast du eine ausgespülte Schale aus unlackiertem Holz oder Steingut? Echt doch! Hier, was? Steingut! Ist das Steingut? Made in Portugal! Also wahrscheinlich... Ja! Wie viel Reisessig hast du mitgebracht? Ähm... Noch so ein Punkt! Ich habe kein Reisessig. Also hat Philipp Reisessig mitgebracht. Ich habe auch 10 Millionen Chinasauce mitgebracht. Ich habe eine. So! Dann werden wir jetzt erstmal den Reis zubereiten. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn der Reis soweit zubereitungsfertig ist und wir... Kannst du mal aufhören zu lachen? Nein! Was ist denn bitte Mittelkornreis? Nein! Wie lange hat sie gereinigt? Was? Gibt es da noch Kurzkorn? Oder was? Woher soll ich das denn wissen? Hast du eine Sojasauce? Das hast du mich vor 5 Minuten verbefragt. Okay! Dann werden wir jetzt erstmal den Reis zubereiten. Alter! Geh runter von meinem Fuß! Wieso? Und dann sehen wir uns wieder, wenn wir anfangen uns mal einen Plan zu machen, irgendwas kreatives zu überlegen. Der Reis ist ähm... Heiß! Der ist überhaupt nicht mehr... Nee stimmt, das reicht. Der Reis ist soweit fertig. Wir haben jetzt hier die ähm... Sorry auch für die Kameraperspektive, dass nur Übergangsweise ich hab... Iiiiih! Nasehaar. Wie sieht man jetzt ist die Kameraperspektive. Ich hab die Kamera nur so aufgestellt. Boah, das ist wirklich eine scheiß Perspektive. Ähm... Weil... Also die steht da eigentlich, weil ich jetzt gleich auf der Arbeitsplatte filme. Ich hab bloß einfach dann... Direkt. Ja. Jedenfalls haben wir jetzt hier diese Nori-Blätter. Eine... äh... Rollmatte. Zum Beispiel eine Mango. Ich war fest davon... Alter, wie ernsthaft ich das gesagt hab! Ich war fest davon... Wie war das? Weißt du, wie ernsthaft ich das gesagt hab? Ja. Eine Mango. Also eine Avocado-Scheiße. Eine Banane. Ein Kürbis. Du hast was vergessen. Ach ja. Und was ist das? Das ist ein... Okay, das ist ein veganes... äh... veganes... Laktosenfreies Nutella. Je... Au! Geh weg mit deiner komischen Reismatte da. Jedenfalls sind das hier... Also... Bis auf den Frischkäse werden wir alles jetzt klein schneiden. Davon gibt's jetzt eine Zeitraffer. bis zu, wie ihr mit mir macht. Bis zum nächsten Mal. � Aaaaaaah! Nein! Ja! Die Märme passt an! Ja! Also, nur zur Info, falls ich jetzt ein bisschen wie bekloppt hier rumhüpfe, ich möchte meinen rechten Fuß nicht so belasten. Und dann hat sich dieses scheiß Messer in den Fuß gesteckt! Nein, das ist da rein gefallen. Wie kann man so dumm sein, ey? Du sollst nicht auf diesem Brett arbeiten, da solltest du das Essen drauf anrichten. Und dann öffnen! Spann ich mal! Ja! 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 Und dann! Ich bin der Meinung, dass die Schneemänner eigentlich noch ein Gesicht vertragen können. Dann machst du doch eins. Ich bin aber nicht so kreativ. Was machst du mit dem Armen? Kreise sitzen. Und zum anderen muss ich sagen, dass der Weihnachtsbaum echt scheiße schlecht geworden ist. Also der ist halt irgendwie... Ich habe einfach nur das Sushi dahin getan und fertig. Und mir ist irgendwie alles ein bisschen kreativer vorgestellt. Wir machen jetzt nochmal ein paar schöne Fotos davon. Hier sitzt ja ein Fotograf, der gerade steht. Wir machen ein paar schöne Fotos. Also Philipp macht noch ein paar schöne Fotos. Nein, das ist einfach nicht. Ich räume hier die ganze Arbeitsfläche auf. Ich mache eine Gelande oder so. Was für eine Gelande? Hörst du mal auf? Hä, das ist voll gut. Möchtest du den Baum? Hallo. Sieht es nicht nach deiner aus? Nee. Sieht aus wie Paprika auf Sushi. So, ihr seht jetzt hier nochmal mit 1, 2, 3 Weihnachtskugeln. So wie einem echt coolen Stern. Den finde ich voll schön. Den habe ich gerade erst entdeckt. Und die Schneemänner haben doch kein Gesicht bekommen, weil das einfach zu kompliziert ist. Aber das ist so unser Endergebnis. Das ist so faul. Achso. Dann hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, unsere Sushi-Künste haben euch ein bisschen inspiriert. Möchtest du? Sollten sie auch nicht. Dich doch nicht. Möchtest du auch noch zu ehrlich. Oh, guck mal. Ich habe noch ein Sushi-Künste. Dann hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Ich verlinke wie immer das letzte Video unten drunter. Und würde mich natürlich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr heute am 3. Advent schon alle Weihnachtsgeschenke gekauft habt. Nö. Ich war erst Oktober, nur beim Weihnachten. Ähm. Also ich muss dazu sagen... Was machst du? Was siehst du da im Schnitt? Ich muss dazu sagen, ähm... Okay. Wir ignorieren einfach Philipp, der die ganze Zeit hier am Essen ist. Ich muss dazu sagen, ich habe mich sehr zeitig dieses Jahr schon mit dem Thema Weihnachtsgeschenke auseinandergesetzt. Aber, ähm... Was machst du da? Du schaffst die Mücken zu. Äh, es sind Mücken in meiner Küche. Ähm... Aber ich bin mir sehr sicher, dass am 3. Advent, wenn dieses Video online kommt, ich noch immer nicht alle Weihnachtsgeschenke beisammen habe. Und manche Sachen vielleicht sehr kurzfristig werden. Und wehe, du machst irgendwelche Flecken von den Mücken auf meine Wand. Dann, bis zum nächsten Video.